Was? Ich hab diesen Hintergrundgrund gerade nachgemacht. Achso, ah ja, war identisch. 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 So, was nam, was nam war denn? Oh, Pyramid. Ich nehm Tyramid mit. Tyramid? Ich dachte, hä? Was für ne Pyramide? Fuck. Er hat echt nen Bug, ey. Mhm. Okay. Was sag, wo fährst du hin? Unten? Im Flugzeug. Nee. Auf der mittleren Ebene. Ah ja, das wollte ich wissen. Ja? Nee. Das ist so spannend. Ich glaub, die sind auf der mittleren Ebene. Loll, wie der mich weggesnipert hat. Oh, oh, weggesnipert. Ey, die sind in der Mitte. Krass. Rechts. Ja, ich hab noch reingesehen. Die Füße. Nein, Beine. Achso. Okay. Doi Gong. Wow. Ich hab schon gedacht, du wirst dich schon abgeschossen. Aber ne, du hast einmal nur die Balkade kaputt gemacht. Ah. Das Dumme war, ich steh vor dir, hör das, was du sagst und hab's nochmal im Funk gehört. Ja. Krass, oder? Was? Ja, ja, hab ich ja gesagt. Ja. Pssst. Boah, ich dreh mich um und du gehst in die Hocke. Ja, na, na. Jetzt wüsstest du ganz genau, was ich sagen wollte. Wolltest du sagen, geh in die Hocke? Ja. Hab's ja auch gesagt. Was ist das? Oh ne, warte, ich will dich mitnehmen. Na, verdammt. Okay, alle. Ich guck mir das nur so an. Also, okay. Was macht der da? Jungs, nicht so schnell. Äh, ich geh mal nach oben. Okay. Nein! Wo ist der? Ach, da. Das ist jetzt so. Hm. Waaaah! 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 Was ist grad von oben? Warst du das? Oh god! Ihr müsst mich voll erschrocken! Ja, das war ein bisschen zu spät! 以上. Ich hab die nicht gesehen. Du kommst dran, gerannt! schlägt es auch nicht her und ich denke mir so oh kacke, entschuldigung alles gut ich war nicht nur so 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 ich wollte dich jetzt aber auch nicht irgendwie erschrecken sorry ganz ruhig ich wusste nicht also wo der letzte war und dann kommt da irgendwas angerannt ich höre da so wow jetzt ist mir richtig warm geworden hot hot na was guckst du da oh oh puh ja schrei doch nicht so von hier kommen sie nicht rein ne es ist ja eigentlich oben geguckt was war da ja der hat seinen job nicht gemacht der fused typ oh sorry oh du bist so gespacken naja besser nicht besser als ich war aber warum macht man denn das alles hin kann man denn die krasse in die luft springen w-w-was denn das was ich gegen gebaut hab ähm ähm ja aber du kannst das halt nicht kaputt schießen wenn du gegen schießt geht das nicht kaputt oh da kommt einer mit dem schild oh oh der ist schon down auf meiner hand das schild hängt da irgendwie so in der wand drin da kommt noch was wenn ich folge dir mal Achtung ich bin hinter dir danke dass du bescheid sagst mein Ding das ist einer von einer von uns ist da down gegangen der war hinter uns hier oben mal lang hier oben ist alles clear alles klar mein da so kitzeln der schiss ich glaub die sind entweder oben oder unten du bist da oben lang gelaufen ne du bist jetzt da hinten ja und da wo wir vorhin hoch gegangen sind ne da ist jetzt einer wo die tüte auf war und das schild da fest geklemmt hat ah ok ja 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 das war mies ja man reloading ja man reloading ach das ist noch wird das wird noch easy ja 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 wir sind da, aber wir sind da Vater ja ja Bis da hoch, bis da. Ja, bei uns ist... ...momental noch safe. Verrammelt. Wow, der Hammer kommt da einfach locker durch, durch meine Castle Wand, Alter. Deine Castle Wand? Ja. Bist du jetzt im Gegner, Team? Nee. Oh, wie mies, huckt man einmal um die Ecke und schon weg. Wow. Da hab ich ein bisschen zu viel geguckt. Ah, der liegt da hinter dem Schild, wenn du da hinguckst. Okay. Oh, was für eine Sau. Guck mal, wir haben Kirito-san im Gegner-Team. Nein. Nein. Ja, nice. Komm. Ist der Typ da? Nee, da lädt einer nach. Ja, hinter dir. Ja, in dem Raum. Ach, schade. Kacke. Nee, da lädt einer nach. Ah, der hat dich... ...hat dich gesehen, die Sau. Der hat zweimal geschossen. Oh, ich hab's ja einmal gehört. Eh auch. Nee, da soll einer reinkommen. Nee, da soll einer reinkommen. Scheiße. We need to protect the biohazard container. Nein, jetzt darf er nicht. Das ist nur dieser Raum. Oh mein Gott, ist das heftig cool. Ja, vorn mal weg. Tschüss. Nein, der war gut. Easy. Ich bin hier sogar mit einer Shotgun unterwegs. Er hat seine Gerätschaft. Hoffentlich macht jetzt gleich da keiner die Tür zu. Und ich hör's schon. Aber doch nicht. Ich will nicht in dem Raum bleiben. Wenn die Fuse haben, sind wir am Arsch. Ah, was machst du da? Ich versuche, hier eine Mauer einzubauen. Mauer. Oh, die schießen schon draußen. Oh, ich hab's hingekriegt, endlich hier mal einen Platz zu finden für diese Mauer. Wo? Ähm, ich glaub, da wo du eben warst, wo du die Mauer hinsetzen wolltest. Ja, ich hab ihn. Alles klar. Ich hab schon meine Skills rausholen zum Beschreiben, die ich nicht hab. Ich hab, ich hab trotzdem, ich hab trotzdem gewusst sofort, wo er ist. Ach gut. Hab ich alles richtig gemacht. Auf jeden Fall. Jetzt sind sie gleich richtig verwundert, warum da so'n Ding steht. Da! Flash abgewehrt! Ah! Ah, schade! Aber fand ich nicht schlecht. Hat die Flash den noch... Hat die Flash den noch so gestriffen. Oh, voll der Geile! Wer? Anstatt da einfach links an dem Schirm vorbeizugehen. Nein, da springt der so rüber. Ach! 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 Auch voll der geile so Angriff und der guckt die an's ab in den Kameras. Mhm. SchadeÓ! Achja! Hehe! Ben mit seinem fetten Arsch, der sieht also vor. Oha, Mario, guckt da mit der Pistol rum? Warum? Ohhhhh! Beide liegen am Boden! Gucken Sie sich an. Ich könnte sie jetzt eigentlich noch tot prügeln. Ich hab Angst. Nö. Ja, cool. Geil, wie den keiner retten kommt. Warte, auch jetzt. Guck den so an, lebt der noch? Oh Mann, geil. Back, back. Oh, oh, schade. Letzter Pistol. Ja, dieser Jackman ist gerade irgendein Standbild. Ich weiß nicht. Vielleicht zielt der auch ganz genau. Konzentriert sich. Psch. Ne, er hat keinen Schaden. Jetzt ist es wieder weg. Jetzt ist er wieder da, meine ich. Bist du sicher? Ah, da, ja. Wow. Wie leckt mir bei ihm so hart? Lol. Er rennt einfach so an dem vorbei, so. Natürlich. Und rennt dem genau in die Arme, weißt du? Loll. Boah, ja, raste raus, Alter. Von den Kugeln hängen sie in der Luft. Loll. Lell. Genau das. Jetzt weiß jeder Bescheid, jetzt geht's ab. Mhm. Der Fuse ist am Start. Die Putze. Muss mal gucken, ob die im selben Raum sind. Werder ist wahrscheinlich. Könnte eventuell sein. Okay, der Biohazard Container. Bis ich glaub... Ah, ich bin wieder sicher. Du hast einen gesehen, hab schon einer gesehen. Biohazard Container located. Da ist's. Er ist's. Er ist aber nicht rüber gelaufen. Und hat mich danach geschickt. Oh. Die sind im selben Raum, ne? 5 Sekunden zur insertion. Ja. Ich glaub schon. Oh, dann wird das nice. Erst mal Fuse da reinsetzen, weißt du? So. Geil. Ja klar. Mach ich ein echtes gleich. Kleine Sandale hoch. Ja klar. Die Drones ist bereit. Die Drones ist bereit. Ich bin direkt an der Wand. Oh. Willkommensmatte zerstört. Nice. Noch eine. Boah, der hat mich ja mal da durchgekillt. Ja gut. Ah, die ist scheiße. Steht ein Jäger. Direkt an der Bombe. Oder an diesem Gefahrdinger. Ah, von oben? Ne, von da. Scheiße. Ne, da ist ein Loch direkt. Ja, hab ich gesehen. Ich seh nämlich nur die Kamera. Äh, diese Drohne. Oh, kickst du. Nein. Nein. Ah. Ähm. Shit. Die macht erstmal das Kack-Ding auf, weißt du? Ich wollt nur auf meine Zweitwaffe wechseln. Und die macht das Ding auf. Ah. Da kommt der echt von oben. Dann rammelt mich um. So ein Scheiß-Rusher, ey. Ja, echt wahr. Alle auf den letzten drauf. Oh, Kirito sieht da richtig heiß aus, ey. Hm. Lecker. Very hot. Ja, ich werde. Ich werde. Ich ooh. Bis zum nächsten Mal.